Heute findet hier ein richtig tolles Projekt statt. Wir sind hier vom FV 28 Wissing und auch vom Bürgermeister Georg Halfter, den Bürgermeister aus Wissendorf. Und wir von der GOG Umweltschutz und Lebenshilfe sind froh, auch dabei zu sein. Was heute hier passiert, ist genial. Es sind über 30 Leute dabei, die ehrenamtlich aktiv sind. Sie müssen eine Trottensteinmauer bauen und eine Blühwege schaffen. Es sind Teilnehmer hier von der Wissendorfer SPD, von der UWB und von der CDU. Und es wird einfach mal gezeigt, wenn viele Leute richtig was machen und mit antracken, dann kann in ganz kurzer Zeit ein hoher Nutzen für die Artenvielfalt entstehen und natürlich auch für die Bürger. Was wir heute hier, das macht richtig Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Schreibt einen kleinen Kommentar, denn unsere Tiere und wir, wir wollen YouTube Stars werden.